Als ich in Russland gekommen bin, bin ich in Russland gewesen. In Russland bin ich in Russland gewesen. In Russland bin ich in Russland gewesen. Ich bin noch mit mir gewohnt. Ich habe mich gelassen. Ich bin dort im Hospital gelegen. Ich habe noch mit mir geschrieben. Ich bin noch dort gewesen. Ich habe dort schon gearbeitet. Im Molotow. Ich war in Stuttgart. Ich sagte, jetzt sind wir in Birn. Ich bin noch dort gewesen, bis ich zurückgekommen bin. Ich bin nach Chodrasa weggefahren. Von dort nachher. Ich bin gekommen. Ich bin noch zwei gekommen. Gernangemily, Gernangemily. Gernangemily. Vielen Dank.